Hier das Ergebnis meiner hitzefreien Locken und meinem ersten Date mit einer Frau vor einer Woche. Also erstmal haben wir uns kennengelernt über Insta und dann bin ich irgendwann zu ihr in die Ordination gefahren, weil sie Ärztin war. Es war dann schon spät abends und keine Patienten waren mehr hier. Und irgendwann nach einer Stunde Reden hat sie mich dann plötzlich hochgehoben, auf ihre Praxiscouch gelegt, obwohl sie gleich groß war wie ich, hatte sie echt viel Kraft. Und dann haben wir uns geküsst und es war echt ziemlich intensiv.